Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier zum Thema Hellsinnlichkeit und zwar wie wir nach so einer schmerzhaften Erfahrung wieder in das Vertrauen, in die Offenheit gehen können uns damit zu zeigen. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du dabei bist und auch dazu beiträgst in diesem Falle das Thema Hellsinnlichkeit, Medialität, Sensitivität einen natürlichen Bestandteil unseres Lebens, unserer Gesellschaft zu machen. Und ich hatte in einem Video davor berichtet, wie schmerzhaft ich das einmal erlebt habe, wie schrecklich das für mich war, als mir quasi vermittelt wurde, dass ich für verrückt gehalten und erklärt werden könnte, sollte in diesem beruflichen Kontext. Wie bin ich da wieder rausgekommen aus diesem Schmerz, denn es hätte ja auch passieren können, dass ich sage, okay, das war so eine schreckliche Erfahrung, ich werde nie wieder jemanden davon erzählen. Und ich habe innerlich gespürt, das passt nicht. Es ist wichtig, es ist wichtig für mich und mein Leben und ich glaube, das habe ich mir auch so vorgenommen, das mehr in die Welt zu bringen, ja, dazu beizutragen, dass wir damit alle einen ganz entspannten, erfüllten, bodenständigen, natürlichen Umgang haben. Und der erste Schritt war, wenn wir solche Erfahrungen gemacht haben, dass wir uns um diesen Schmerz, den das ausgelöst hat, kümmern, dass wir da ganz verständnisvoll, wohlwollend auf uns selbst schauen und schauen, was wir denn brauchen, damit dieser Schmerz verarbeitet werden kann, damit der integriert werden kann und wir daraus wieder etwas heiler, etwas stärker herausgehen können. Und bei mir war das ganz, ganz hilfreich, dass ich mich damals um mein inneres Kind gekümmert habe. Wenn du was mit diesem Konzept anfangen kannst, dass es ein inneres Kind oder jüngere Ichs gibt, die Sachen erlebt haben, die so schmerzhaft waren, dass sie noch gespeichert sind, waren in unserem System und jetzt dazu beitrage, dass dieser Schmerz, der da aufgeploppt ist, endlich in eine Heilung kommt und dass ich geguckt habe, was braucht es, was braucht es an liebevoller Zuwendung. Ich bin dann auch zu Menschen gegangen, wo ich wusste, dass sie mich verstehen und wo ich gemerkt habe, ja, die können mich auch mal in den Arm nehmen. Ich habe auch ganz bewusst diese Vorstellung davon gehabt, ich kann Menschen in meinem Umfeld, die wohlwollend auf mich geschaut haben und auf meine Hellsinnigkeit, hingehen und davon erzählen und bekomme da ein Verständnis. Ich kann, wenn diese Traurigkeit hochkam oder diese Verzweiflung, die auch damit verbunden war, hochkam, dann habe ich mich auch manchmal einfach in meine Decke eingekuschelt und aufs Sofa gelegt oder ich habe um Hilfe gebeten, dass jemand mich in den Arm nimmt. Das fand ich sehr, sehr wichtig erst mal, also auch dieses Nervensystem damit zu beruhigen und auch die Gefühle zu wandeln. Damals kannte ich auch die Logosynthese noch nicht, die die Gefühle auch so wunderbar wandeln kann. Trotzdem finde ich diesen liebevollen, wohlwollenden Blick so wichtig, ja, auf uns selbst. Und als zweiten Schritt war es unglaublich wichtig, das Gefühl von Vergebung auch mich dem zuzuwenden oder das auch zu aktivieren. Und zwar als ersten Schritt auch mein Wunsch, erst mal meine Entscheidung letztendlich, ja, ich möchte das vergeben. Und dann verschiedene Rituale, Übungen zu machen, um dieses Gefühl von Vergebung zu kommen, auch mir noch mal vorzustellen, ich gehe mit diesen Menschen in Kontakt, ich sage denen noch mal etwas, was ich denen in der aktuellen Situation nicht sagen konnte, was ich vielleicht auch als Kind nicht sagen konnte, wo ich dafür ausgelacht worden bin, und dass ich noch mal sage, was mir aber wichtig ist, um das auszusprechen. Das fand ich ganz heilsam. Und dann auch in ein Gefühl von Vergebung für mich zu kommen. Dass ich an dieser Stelle, wo ich mich auf dieser beruflichen Ebene geoutet hatte, sozusagen, nicht gut auf mich gehört hatte, was hatte mir meine Intuition gesagt, ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht diesen engen Kontakt zu meiner Intuition gehabt, ich habe nicht auf die leisen Warnsignale gehört, und ich habe auch nicht auf die, ich sage mal, es war eine Art von Warnung, die ich auch von einem Freund bekommen hatte. Und ich habe da nicht drauf gehört. Und im Nachhinein habe ich gedacht, ja, das möchte ich mir jetzt auch noch mal selber vergeben. Dass ich da einfach vorgeprescht bin. Und irgendwie dachte ich, ja, das wird schon, und ich vielleicht auch mir irgendwas beweisen wollte. Das ist schon ein bisschen länger her. Und tatsächlich über diese, über Auseinandersetzung damit und diese bewusste Entscheidung, ich möchte vergeben, hat sich das gelöst. Ja, und wurde dieser Schmerz auch in der Erinnerung immer weniger. Ich habe damals auch noch eine Aufstellung mal zu dieser Thematik gemacht. So eine systemische Aufstellung fällt mir gerade noch ein. Fand ich auch noch mal ganz hilfreich, diese einzelnen Personen da zu sehen und da in den Kontakt zu gehen. Und ein kleiner Tipp noch von mir jetzt hier an dieser Stelle. Das Thema Vergebung. Wenn du auch nicht weißt, wie ich früher, denke so, ich möchte gerne vergeben, aber ich kriege das Gefühl nicht, ich kriege keinen Zugang dazu, dann ist ein super hilfreicher Schritt auch diese Tipping-Methode. Die habe ich in einem hochsensiblen Podcast mal ein Interview zu gemacht. Das ist unglaublich gut, wo es immer darum geht, auch die eigenen Anteile bei so einem Prozess zu betrachten. Und sobald wir da in diese Form von Verantwortung kommen und diese eigenen Anteile sehen, fällt es leichter, das Gefühl der Vergebung auch tatsächlich zu fühlen und dort weiter zu schreiten. Also Vergebung war der zweite Schritt. Und der dritte Schritt war noch mal die bewusste Entscheidung, doch, ich möchte mich damit zeigen, ich möchte damit öffentlich sein, ich fühle es, ich spüre es, das ist wichtig für mich und mein Leben, dass ich damit nach außen gehe und dazu beitrage, dass das jetzt endlich mal aus dieser Schmuddelecke rauskommt, dieses Thema, und wir dem den natürlichen Platz geben, wie es in so vielen Naturreligionen, sowieso Kulturen auch immer der Fall war, dass es auch bei uns wieder seinen natürlichen Angestandenplatz in der Gesellschaft bekommt. Also habe ich als dritten Schritt mich dafür entschieden und dann aber sehr gut auf mich gehört. Was ist jetzt stimmig? Wo kann ich das ansprechen? Wem kann ich das sagen? Und auch immer Rückverbindung mit mir selbst. Wie fühlt sich das für mich jetzt an? Und ich mache vielleicht mal eine kleine Andeutung und merke, wie das Gegenüber reagiert. Und dann kann ich gucken, ob ich weitergehen kann. Und dadurch habe ich innerlich immer mehr Sicherheit wieder mit diesem Thema bekommen. Es ging immer weiter, auch Selbstsicherheit, auch Selbstbewusstsein, das bei jedem Mal natürlich sich gesteigert, so dass ich dann auch irgendwann, das war auch noch mal ein wichtiger Schritt, wo ich Herzklopfen hatte, auf meinem privaten Facebook-Profil das erste Mal darüber berichtet habe. Und dass ich es wichtig fand, es war so eine Art Mutprobe, in Anführungsstrichen, dass ich das jetzt schaffe und ich kann darüber berichten. Und das war dann so schön, weil es so stimmig war, sich von zwei Menschen auch so ein positives Feedback bekommen habe, wo ich das gar nicht damit gerechnet habe, also von Freunden aus der Facebook-Gruppe damals. Es war sehr, sehr schön. Hat mir total gut getan. So, und es hat soweit mich sicher gemacht. Ich bin in das Vertrauen gekommen, dass ich jetzt hier stehe und öffentlich darüber berichte. Und das ist völlig okay für mich. Und auf diesem Weg möchte ich dich gerne begleiten. Dazu findest du immer wieder Inspirationen hier. Dazu findest du auch Inspirationen auf der Webseite. Es geht jetzt weit weiter mit dem neuen Podcast. Das Bild wird schon vorbereitet. Die erste Podcast-Folge ist schon im Kasten und ich freue mich sehr, dass es jetzt hier bald weitergeht, wo ich auch immer wieder Menschen interviewe, ihre Geschichte zur Hellsinnigkeit, aber auch noch viel mehr Themen zur Sprache komme. Und ich jetzt eben auch meine Hellsinnigkeit bewusst dafür einsetze, um Menschen zu unterstützen, die eben noch nicht so diesen Zugang zu ihrer Intuition haben. Und zwar mache ich das jetzt auch neuerdings so, dass ich interaktive Readings anbiete. Das heißt, wenn du mehr in Kontakt kommen möchtest mit deiner Intuition und ich deine Intuition lese oder die Information deiner Intuition, dann lade ich dich dazu ein, da mitzugehen, wenn du das magst. Und du selber schon mal leichter in diesen Kontakt kommst, damit du immer unabhängiger wirst und das irgendwann auch selber für dich alle Informationen einfach abrufen kannst. Und dazu findest du alle Infos auch hier in den Shownotes und ich freue mich, wenn wir uns dann bald wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.